in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr ein zusätzliches konto erstellt bei youtube und zwar so ein brand konto das ist das was man hier sieht das sind meine youtube kanäle die ich habe unter der gleichen e mail adresse also unter meinem account eins für programmierung in deutsch und englisch und meine privaten die ich so mache und wenn man so ein kanal anlegen möchte also der einfach zusätzlich ist auf denen aber alles geht ist ein brand konto und um dessen komme ich weiß ich habe es nirgends ich finde es ist sehr schwer zu empfinden man muss hier auch bei youtube auf youtube.com und dann auf uns switcher also die adresse video marke channel switcher dann kommt auf diese seite ich war eben nicht immer gucken wie man da reinkommt und hier habe ich die möglichkeit ein neuer kanaler zum stellen man sieht hier sind meine kunden die ich habe mein branding kunden und hier kann ich auch einen brand kanal unter meinem ding für und jetzt kommt auch so schönes bild kanal name erstellen und jetzt möchte ich 1 1 in englischer stelle das ist mein ich verstehe dass es dass hier ein neues google konto mit benutzerdefinierten einstellung beispielsweise suche und weitergabe wiedergabe verlaufen auf youtube erstelle das ist so wenn man dann auf youtube auf google selber ist dann hat man diese kunden ja auch hier rechts oben das sind die gleichen kunden kann man hier auch quasi mit verwalten sorgten dann sage rayman's world und sagen jetzt haben wir auch dieses wunderschöne jetzt sehen schon dass man hier im youtube kanal sind und das sehe ich jetzt hierbei bei dem wechseln dass ich hier ein neues neue kanal habe um diesen jetzt an zum gehe geht man kann ich ja hier auf meinen kanal anpassen gehe kann hier meine sache einstellen dass diese section diesen teil den merke ich mir auch hier immer das ziehe ich mir hier rein als dann habe ich dann immer da und bin jetzt dann in meinem youtube studio das brauche ich hier das machen wir weg weitere informationen will ich nicht woanders hin klicken das sind jetzt meine videos die ich hochladen hierbei inhalte und bei erstellen sind die neuen sachen da und ich kann auch hier entweder bei meinem kanal darauf gehe oder hier diese einstellungen vorne mit einstellungen zunächst mal welche sprache ist das community bla 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 uploads hierbei kanal standard einstellung für uploads kann man das dass man englisch was machen möchte und dieser kanal ist natürlich am anfang auf der hat null user abonnenten das dauert natürlich bis der dann monetarisiert werden kann das gilt auch für den dass man den ersten monetarisieren kann wenn man wenn man 1000 user als abonente hat wichtig wie gesagt war gerade dass man dieses auf youtube.com channel switcher dass man dort diesen eintrag findet und den dann hier anpassen können